Damit Sie in Ihrem verdienten Ruhestand auf nichts verzichten müssen, sollten Sie rechtzeitig vorsorgen. Dafür zahlen Sie als Arbeitnehmer bereits automatisch in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Hierbei werden die eingezahlten Beiträge vom Staat im Umlageverfahren an die Rentner ausgezahlt. Jedoch ist das System durch die steigende Anzahl an Ruheständlern aus dem Gleichgewicht geraten, denn immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr Ältere aufkommen. Das heißt, immer weniger Geld kann ausbezahlt werden. Dadurch entsteht die sogenannte Rentenlücke. Um auch im Ruhestand nicht auf Ihren gewohnten Lebensstandard verzichten zu müssen, können Sie Ihre persönliche Lücke mit einer privaten oder betrieblichen Vorsorge, wie zum Beispiel der Riester-Rente oder einer Direktversicherung schließen. Finden wir gemeinsam heraus, welche Vorsorgelösung am besten zu Ihnen passt. Besuchen Sie uns online oder in einer Filiale in Ihrer Nähe und lassen Sie sich genossenschaftlich beraten.